Applaus Die Freie Akademie der Gönste von Hamburg verleiten wir dem Mitglied Sofia Guberturina 2013 die Plakette. Applaus Sehr geehrte Damen und Herren, für mich ist heutiges Ereignis eine große Ehre und eine große Freude. Und ich denke nicht nur für mich, sondern für meine Interpreten, Musikanten, Musiker und für Musik überhaupt. Schon das, was wir, Kompanies, Interpreten zu hören, versammeln uns alle zusammen, jetzt und hier, zeugt davon, dass es sehr wichtig ist, das zu behalten, was ich nennen könnte, Musikalität des menschliches Lebens. Es ist wirklich nicht so einfach für den zu glauben, die klangliche Substanz tiefst nachzuwarnen, so tief, damit einige vibrierende Wolken im Inneren einfacht. Jene vibrierende Wolken, jene Flammen, die Möglichkeit gibt, für Aktualität einer anderen, viel mehr höheren Dimension des Lebens zu erreichen. Das ist äußerst wichtig für den Zuhörer und das ist äußerst wichtig und schwierig für den Musiker, Interpreten und Komponisten. Das, was in den unbewussten, tiefen Schichten unserer Seele verborgen liegt, ans Tageslicht zu bringen, das gelingt sehr selten, es ist nicht so einfach. Und nichtsdestoweniger machen wir immer wieder versuchen, damit diese zweite höhere Dimension aktiv wäre, immer wieder versuchen, diese Flammen, diese vibrierende Wolke zu entfachen. Denn diese Aktualität, diese Aktivität, diese Lebenskraft des zweiten höheren Dimension ist nicht einfach Laune, keine Unterhaltung, kein nur noch Vergnügen, kein Mittel, das Leben auszuschminken. Das ist Notwendigkeit, innere Notwendigkeit, eine tiefste Wurzel, aus der das ganze Leben wächst. Die ganze Existenz ist abhängig von dieser Wurzel. Wir alle sind mitwirkende jenes Drama, das die Geschichte der Menschheit erlebt. Wir befinden uns im Inneren dieser dramatischen Geschichte. Uns ist die Lösung dieses gegenwärtigen Aktes, dieses Dramas unbekannt. Aber wir können uns für diese als Mitwirkung nicht entziehen. Jeder von uns fördert entweder die Erhöhung oder den Niedergang. Unsere Versuche sind sehr bescheiden, bemügend sind, äußerst aber wichtig. Und das ist unsere gemeinsame Sache. Eben darum bin ich äußerst dankbar für meine Interpreten, die absolut leidenschaftlich mein Werk ausgeübt haben. Und ich bedanke von ganzem Herzen meine Zuhörer, die so liebenswürdig gekommen sind. Und ich bedanke herzlich außerdem alle diese Leute, die für die Veranstaltung dieses Zusammentreffen gefördert haben. Danke. Applaus Und ich bedanke von Ihnen.